moin moin meine freund willkommen zum neuen info video und heute geht es um den stream morgen ja die salo ist auch schon ganz aufgeregt morgen vor einem jahr habe ich wieder angefangen zu streamen am 2 oktober 2021 habe ich das erste mal nach vielen jahren wieder den stream auf twitch angeschmissen da noch mal danke an rondon der hat mich so lange gelöchert bis ich dann wirklich den stream auch angemacht habe und das haben wir jetzt ja im letzten jahr gut konstant durchgezogen und da gibt es natürlich auch eine kleinigkeit würde ich mal sagen zu feiern die salo rollt sich hier schon ein bisschen will morgen auch komplett dabei sein ich dachte wir machen einen kleinen zwölf stunden stream gucken wir mal was und so erwartet also das heißt ich starte sonntag mittag um zwei das ist ja so meine normale uhrzeit sonntagnachmittag dann machen wir erst mal ein bisschen supercard aber es wird natürlich in zwölf stunden viel mehr als nur supercard geben ich habe mir noch ein paar andere spielchen ausgetracht und auch wieder mal so alles wieder aktuell gemacht mein sap wheel mein bestrafungs wheel wird wieder kommen anders als es vorher war aber ja wir machen wieder dann auch natürlich die 25 euro verlosung von key for steam und ja in den zwölf stunden habe ich viel vor was ich spielen will ich denke wir werden in jedem spiel so zwei stündchen bleiben so was wir werden auf jeden fall in weg fest mal reingucken und die verschiedenen anderen spiel ich will jetzt noch nicht so viel spoilern seid einfach dabei morgen wird es dann ein stream plan geben wann ich ungefähr in welches spiel reingehen kann ich würde mich aber freuen wenn ihr alle fleißig dabei seid und ja mit uns mit mir die ein jahre stream auf twitch feiern und ich finde wir haben schon einiges erreicht und mal gucken was die nächsten wochen monate da noch dazu kommt ich überlege gerade will ich noch irgendwas erzählen ach nee will ich nicht am sonntag den zweiten zehnten 14 uhr bis mindestens zwei uhr nachts wann wir streamen zwölf stunden in den verschiedenen games die uns gemeinsam spaß machen auch wenn wir nochmal in die watch party funktion endlich reingucken das haben wir letztes mal ja nicht gemacht und ich denke jetzt so zum ausklang die letzten zwei stunden noch mal eine serie oder einen film zusammen gucken ist denke ich auch ganz cool also nicht die watch party funktion auf supercard das muss man jetzt ja dazu sagen sondern die watch party funktion auf twitch um amazon sachen zu gucken das gucken wir uns aber in ruhe dann alles morgen an und leute bevor mir die salo hier das mikrofon abschmust würde ich sagen das war's wir sehen es macht's gut bis morgen auch mal werden genau also operational so also zusammen